Oder kurz? 16 getötet, 87 Tode und seit einer Stunde 40 sind wir dabei, dieses Spiel durchzuspielen. Wir haben gestern phänomenal aufgehört, vor dem wohl letzten Boss. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm. Und ja. Fangen wir an. Mal gucken, vielleicht sind wir auch in 5 Minuten schon fertig. Wir hoffen es nicht. Aber ja. Oh, es regnet. Alles tragisch hier. Ich rolle steil gegen die Wand. So. Ach ja, stimmt ja, er war das. Äh. Ich hab nicht getroffen. Das war schade. Mal ein Versuch. Komm, wir schaffen es unter 2 Stunden. Angriff. Na komm. Wusch. Jetzt hat er da nicht drauf gehauen. Okay. Äh. Au. Voll in Nacken, ey. Komm. Komm. Wusch. Erwischt. Und schon sind wir anscheinend fertig. Und das ist jetzt echt der letzte Boss wohl. Na dann. Ich mach gar keinen Stress. Aber hallo Stefan. Heute ordentlich. Zocken. Was? So muss das doch aussehen. Das nennt man Erfolge. Stefan, wie geht's dir? Wie war's auf der Arbeit? Na, da guckst du, Doofe. Mein Fall! Ah, der Timer läuft ja noch. Nein! Vielleicht kommt ja auch noch was. Ich weiß es nicht. Oh, es donnert. Anstrengend. Oh, anscheinend kommt noch was. Das ist ein großes Plateau. Erstmal gucken, ob wir nicht noch irgendwas haben. Wenn mir das einer übersetzen kann, dann kriegt der ein Brötchen. Für mich steht da i-strichmännchen, lächelnder Zyklop, i-waage, auge. Irgendwie sowas. Okay. Hallo! Gewonnen? Das Spiel ist einfach zu einfach für mich. Hehehehe. Oh! Das sieht anders aus, als beim letzten Mal. Wenn du so fachst, dann trocken ist. Oh! Alter, er hat mich einfach weggehauen. The Soul. Image of the Titan's Soul. Au! Er hat mich einfach weggeklatscht. Beim Sekt gibt es auch eine trockene Sorte. Das stimmt. Peng! Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Hat er mich jetzt mit meinem Pfeil angegriffen? Das ist ja tragisch. Hehehe. Äh, au. Peng! Aua, Mann! Wir können hier jetzt nicht eine Stunde an dem Typen sitzen. Das sieht doof aus. Halbtrocken. Echt? Ich kenn mich mit Sekt echt nicht aus. Okay, versuchen wir es mal langsam. Okay, das hat nicht geklappt. Äh. Äh. Also, ich kann auf jeden Fall den Pfeil abschießen. Au! Oder er kann mich abschießen. Äh, mann. Heute haben wir übrigens dann noch, so gegen 18 Uhr, einen Gast bei uns. Den guten Rick. Aka Superflashcrash. Da machen wir ein Crash Bandicoat Race. Au. Äh, wie soll denn das was werden? Das ist ja vollkommen unmöglich. Aber vielleicht bin ich auch nur schlecht. Ausrichten. Und... Peng! Mein Pfeil! Au, au, Mann, au. Warum ist der Dave nicht da? Der hat doch gestern so gut geholfen. Au. Ich hab übrigens noch ein Spiel zum Speedrun gefunden. Und zwar einfach nochmal Super Mario. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. Nochmal Super Mario. Das erste. Aber ohne, äh, Warp Zones zu benutzen. Wer hätte ich Lust drauf? Ist bestimmt... Au. Lustig. Seht ihr das eigentlich, wenn ich hier so eine Steam... Äh, Benachrichtigung hab? Oh. Aha. Mein Pfeil! Mein Pfeil! Mein Pfeil! Mann, oh. Der Kebu. Zack! Okay, der weicht einfach aus... Aus. Hey! Ja, das klappt nicht. Höh! Ich hätte natürlich nicht auf gerader Linie weglaufen sollen. Das waren meine Finger. Ja, ich merk schon. Irgendwas mach ich falsch. So. Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Pfeil. Ich habe nicht mehr. Ich bin so da nicht. Pööö. So, auch nicht. Mein Fall. das war nicht mein plan so ich schieße einfach schon mal vor und aus der überraschung nochmal oh man das ist unfair der schießt dahin wo ich sein werde und nicht wo ich bin der schummellümmel verzeihung das ist ja das hat ja schon dringende Affinität hier warum bist du voll gesabbert was hast du gemacht gegähnt ich habe gedacht das hilft irgendwas so ok jetzt sind wir schon 5 minuten dabei dann können wir das jetzt auch mal beenden so 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 eben so ja so 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 Aua! Ich bin in seinen Strahl reingelaufen. Oh. Ein bisschen Sammelzeug, das ist ja bei dir immer mal was besonderes. Au. Aua! Hu, Verzeihung. So, jetzt aber. Das ganze Dummheit raus genießt. Jetzt, jetzt gewinnen wir. Safe call. Au. Dogitech C906, damit kann ich nichts anfangen, aber ich weiß was ein Fernseher ist. Jo, danke Stefan. Peng. So. Oh man, oh oh. Was? So ist uns belastend. So. Uhhh. Nein, nein, nein. Ah, Mann. Letztens hatte ich hier einen Zuschauer, der konnte mir sagen, was ich machen muss. Ah, okay. Nein. Au. Das habe ich sofort gesehen. Das wird nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, das ist ja. Halt. Schade. Das ist belastend. Oh, Mann. Ich kann doch nicht 100 Tode jetzt nur bei ihm holen. Bestimmt ist ja auch gar nicht so schwer. Tragisch. Wer mich als Spiele-Typ kennt, der weiß auch, dass ich eigentlich keinen Bock habe, irgendwie nach was nachzugucken. Wusch. Oh. Das war auch nicht geplant. Ach, er hier mit seiner komischen Zauberkraft. Schade, weil ich den nicht schon von unten triggern kann. Und dann trifft er mich nicht und dann habe ich schon gewonnen. So. Halt. Peng. Oh Gott, jetzt habe ich nicht mal getroffen. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch reingerollt. Komm, unter zwei Stunden. Aber ich habe noch nicht wirklich einen großen Plan, was ich machen soll. Oh Gott. Das war tragisch. Nein. Der mit seinem komischen Elektro-Gezummel da. sollen wir die bangen halten der lümmel so okay wir versuchen das jetzt einfach noch mal ein bisschen mit ausweichen so das ist nicht lustig verdammt verdammt ich habe das gefühl wenn er sich so komisch teleportiert da ich ihn dann zwischendrin treffen muss stimmt das und natürlich einen wunderschönen guten abend an dich ich hoffe du guckst ein bisschen zu da würde ich mich echt freuen ich war weiter zur schule gegangen so Da, jetzt hätte ich einen Treffen wollen. Au. Ja, okay, er war elektrisiert. Das muss man schon zugeben. Da würde ich mich freuen. Schön den Chat voll spammen, damit der Durchschnitt hochgeht. Ha, neu erwischt. Und er hat mich auch erwischt. Oder meinte ich halt, ist meine Herangehensweise komplett falsch. Dave, wir wollen es unter den zwei Stunden schaffen. Nein, 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 nein. Ah. Mein Charakter ist überfordert. Nicht. Oh Gott, ich dachte, du kennst das. Ach, die Stunde, da hast du ja gesagt, was irgendwo aufhört. Aber nein. So, Schiff. Mein Fall. Mein Fall. Nicht so. Okay, wenn wir über die zwei Stunden sind, dann schauen wir mal. Alter. Da. Huh. Mein. Das muss doch funktionieren. Zweimal ausweichen und dann spaltet er sich auf jeden Fall schon mal. Und dann möchte ich ihn treffen. So. Komm her. Okay, so nicht. Autsch. 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 Doch nicht da unten. Oh Gott. Oh Gott. Das ist. Das ist ja mies. Ei, ei, ei. Das Herz der Karten hilft mir nicht, obwohl ich da eine fliegende Pikachu-Karte oben habe. Hi. Du hörst, du hörst, du hörst. Durch das. Geh weg mit dem verdammten... Au. Das ist belastend. Nein, 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 mein Pfeil Da hätte man doch jetzt irgendwas draus machen können, oder? Also das sieht für mich so stark danach aus Ich hab ihn Jawohl Jawohl Erfolg, Erfolg Oh, cool In den Rückensinn Eine Stunde 58 Alter, das hat Spaß gemacht Titan Souls Kicken wir Credits Na, guck, das gucken wir uns doch an Mark Forster Das lassen wir laufen So, okay Ein, für mich jetzt ungefähr zwei Stunden langes Spiel Ich muss sagen, das hat mir sehr gut gefallen Ich hab das jetzt, glaube ich, schon Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist Ein Jahr lang Oder halt viele Monate schon auf meiner Steam-Platte liegen Auch schon sehr lange installiert Aber nie wirklich gespielt Den ersten Boss Aber dann Jetzt hier so für den Stream ausprobiert Das hat echt Spaß gemacht Zwei Stunden lang jetzt Natürlich, weil ich so gut bin Eine Stunde 58 Nur Leichtes Prinzip Man versteht das schnell Man kommt eigentlich auch schnell hinter jeden Boss hinter Neue Spielmodi verfügbar Schwierig Die wahre Herausforderung Eisenhardt, du hast nur ein Leben Kein Rollen Kein Rollen Kein Laufen Was? Nicht Da 18 Titanen Getötet 138 Tode Jetzt hab ich L2 gedrückt Warum geht jetzt hier die Zeit weiter? Oh nein Okay, wartet, 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 wartet Hallo? Wenn es jetzt noch einen Boss gibt, dann Entschuldigung fürs Äh Jetzt ist Schluss Ein Auge Okay Ich hab nichts gesagt Ich hab nichts gesagt Äh Nein Nein, wir haben nur noch 30 Sekunden Oh nein Ich bin tot Och man Das Das Spiel hat uns doch die Credits gegeben Mensch Was soll das? Na gut Ping Au Ja, das war doof Aber ich hätt's einfach mal Einfach nur das Auge treffen Jetzt hab ich hier schon mein Fazit durchgehauen Und wir haben die 2 Stunden nicht geknackt Mann, ey Aber das Sagen wir auch halt echt jetzt nach den letzten Gegner aus Von daher Äh Au Au Aufhören Ich bin doch schon platt Naja, Versuch Oh, jetzt müssen wir uns das immer angucken Das ist das Sowas mag ich nicht Ich hab keine Geduld Ich hab keine Geduld Okay, jetzt erst kommt der leere Runde Ne, gar nicht Schade Nein, 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 nein Äh Wie sollen wir das jetzt schaffen Oh, jetzt hat er mich wieder überfallen Ja, nochmal Unter einer Stunde Wir schaffen das Bestimmt mal das Projekt Auch einfach nochmal so zwischenzuhauen Weil wenn man weiß Wie es funktioniert Dann ist es ja was anderes Komm her, du Auge Du, du Du Auge Nein, ich hätt doch Locker treffen können Oder muss ich Zuerst vielleicht den anderen treffen Ja, okay Halt unten in die Ecke rennen Ist ganz schön doof Komm schon, ein kleiner Held Oh, voll drunter Hm Schreck Hätte ich doch nur schnell All der vier gedrückt Dann würden alle denken Ist vorbei Verdammt nochmal Okay, das war's nicht Das war's nicht Aber die haben ja auch Augen An der Seite Vielleicht muss ich da ja was machen Ich hab's vielleicht noch nicht oft genug gesagt Aber das ist belastend Ja, ich hab verloren Seit zwei Minuten verliere ich andauernd Wie soll man denn so schnell Schießen Und warum überfährt er meinen Pfeil Weil wir schaffen das Komm Bevor da unten Zwei Zehen steht Wir sind lernfähig Au Ich versuch mal die Augen An der Seite abzuschießen Vielleicht bringt das ja was Kapur Aha 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 Was war das? Uhhh Martin Ich brauch Hilfe Der türkische Kappa. Nein, nein, damit sind wir alle zufrieden. Ich wollte doch aufs Auge zielen. Ich warte jetzt, bis der von oben nach unten auf mich zukommt und dann schieße ich ihn mal ab. Vielleicht bringt das ja was. Wir hoffen es. Ach, Martin, erzähl nichts. Das hat nicht geholfen. Na, Martin, was machst du dann hier? Geh zu deiner Perle. Oh, lass uns einfach mal fünfmal nicht treffen oder so. Nein, das hätte auch voll gut das werden können. Nein, 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 nein. Oh Gott, was mach ich denn? Oh! Warum duschst du nicht mit? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Martin. Na, aber ist doch schön, dass du so lange vorbeiguckst. Okay, 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 jetzt aber. Das muss schnell... Die wollte nicht... Dann frag dich mal, warum? Ey, das ist ja... Nein, warum roll ich denn nochmal zurück? Ei, ei, ei. Das ist doch eine nette Sache. Danke dir, Martin. So, Auge. Nur du und ich. Ich hab gesagt, nur du und ich. Yo. Erzähl dann, wie es war, Martin. Ob du Erfolg hattest. Erwisch! Oh nein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der hat ein Auge. What the fuck? Nein. Au. Aha. Wieder von Anfang? Ja, natürlich. Aber den können wir ja jetzt. Erwischt. Ich lauf einfach mal ein bisschen weg. Nein, Dave. Not toll. Aha. Aha. 1, 2, Schuss! Warte ab! Da war einer mit einem lilaen Auge, den würde ich gern treffen. Ich glaube, da war einer mit einem lilaen Auge, aber ah! Da kann ich ja auch hinter den kommen und dann geifen alle den an und an mich. Das hat nicht geholfen. Mal laufen die Augen von mir weg. Da! Der da! Sag mal, was soll ich denn machen? Wo bleibt der Gegner? Au! Verdammt, verdammt, verdammt! Möder schaffen wir vor zwei Zehn Dütte Tüte Max hat ein schlechtes Verständnis von Zeit aus welchem kommen die jetzt? Nein, dahin will ich Nee, hä? Die fette Lieder habe ich doch gerade gesehen Verdammte Schande Ich schätze mal, da ich den treffen muss Aber ich werde ja da auch verrückt Och Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die so nah beieinander sind Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die so nah beieinander sind Jetzt habe ich auch noch gegen den verloren, obwohl ich den schon stand Er hat sich doch schon geschafft Du darfst gerne Fehler ansprechen Wenn es um ein Haar geht Dann Ja, meine Haar-Tasse geht nicht So gut Auch Mir gerne Bescheid sagen Jede Kritik und jeder Hilfepunkt ist gewollt Äh Gerne angenommen Verdammt Verdammt Dich 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 Ja, das war doof. Der Pfeil hätte doch sehen können. Der hätte sehen können. Oh. Der hat dann bestimmt noch eine Form. Also ey, den habe ich. Ich habe den vorher gesehen. Ich bin mir sicher, ich habe den berichtigt. Verdammt doch mal, verdammt die Infobox. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Ja, Mann! Ich geht, ich geht! Oh, ist das eh? Oh Gott! Muss das sein? Ja, bitte. Da bin ich voll der Fan von. Da bin ich voll der Fan von. Da bin ich voll der Fan von. Verdammt! Aber wir kommen weiter. Ist halt so ein Try and Error Spiel. So, bitte noch mal so einfach. Ich verstehe aber hier den, den, den... Dann noch nicht richtig. Der kommt ja auch nicht wieder da raus. Auf die Schnelle. Da war er. Ach! Tragisch! Tragisch! Ja, nee, sowas nicht! I wanna be the guy, und hier Boschi, und was es da nicht alles gibt. Die beiden! Das macht uns allen dann keinen Spaß. Also, im Prinzip war das eben gerade ein Unentschieden. Wusch! Erwischt! Erwischt! Na komm, schieß! Erwischt! So! Leute, jetzt! Das ist ekelhaft! Vieh! Das ist... Das ist... Oh Gott! Das war... Ein Dümmer hätte es jetzt nicht laufen können. Nein! Mein Pfeil! Boah! Fuck, ey! Ah! Mann, oh Mann! Wir hören hier nicht auf, bevor das nicht fertig ist, jetzt. Dem Dave habe ich gestern gesagt, dass wir das heute machen. Na komm! Gib das Lied in ein Auge her! Ist so hübsch! Lila ist so eine tolle Farbe! Du! Hallo Games Art! Ach, hier! Ihr seid doch... Du! Der... Der... Der Twitter-Profil von... Von dir oder euch. Das wird auch nicht immer so professionell, deswegen... Verdammt! Du! Sag ich einfach ihr, weil... Das wird auch mich fast schon wie bei einer Firma. Aber ich weiß das nicht. Was ist das? Oh Gott, ist das... Bedauerlich hier! Nein! Ah, wallo! Ah... Games Art du zu dem Spiel ich warte darauf dass mir gesagt wird ob das mehrere sind jetzt eine nette Person die hier nein eine ganze Firmenkomplex guck zu Hallo 800 Leute ich möchte dich also dave ich möchte dich mal sehen wie das spiel durchspielst jetzt wo du siehst wie es ordentlich gerockt wird wenn er unten am Ende 3 steht dann weine ich wirklich weg weg na dann einen wunderschönen guten Abend da ist da was lebt ist wie du es gerne hättest einmal in Lautschrift gerne schreiben äh oder a und ja ich freue mich dass du hier gefunden hast wenn es dir irgendwie gefällt gerne ein Follower lassen wir feiern unsere 50 Follower heute innerhalb eineinhalb Wochen haben wir die gut erreicht da bin ich sehr froh drüber so jetzt du hier Kollege Peng nein nicht ich hab nicht getroffen ich hab nicht getroffen ich hab nicht getroffen ich hab nicht getroffen ich habe das das beginnst ich hab nicht getroffen wir versuchen uns da ein bisschen weiter nach vorne zu handeln weil irgendwann war ja auch mein Lieblingsspiel Mario Osmar's Spiel das ist wichtig Oh der Wild kann gerne ein Volk da freue ich mich immer weil dann steht da eine höhere Zahl und dann sieht das aus wie es wäre das voll gut da jetzt würde ich gerne schon schießen eigentlich aber da sind die ganzen Viecher im Weg ich weiß nicht was ich gegen die machen soll ich glaube einfach mal hier lang Busch Nein von am Auge vorbei auch gehört jetzt sind sie auch immer mehr wenn ich ja da hier geht mal da rein und verschwindet ich hab mir schon denken wann ich ihn treffen muss aber irgendwie hat er das gesehen hat sich wieder einer heldenhaft vorgeworfen nein geh weg Hilfe ja ich seh das ganz gut mach ich das grad nicht aber ich versuch's warum schießt denn der die nicht kaputt oh Gott ich wollte den hintersten der mich grad verfolgt abschießen und das hat nicht geklappt auch 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 nein ich bin ich ich wollte ihn feiern holen und hab vergessen dass er mich abschießt auch gehört auch gut auch schon gut so gut so müssen du gehst mir ganz schön auf den Keks jetzt ist mein Fall daneben geflogen kommt direkt runter ja der Lübel ich hab schon wieder nur das Viech getroffen ja ich ich merke schon schweineschwer erwischt so und die Timer läuft nicht weiter das sieht doch gut aus oh nein wir haben noch einen Gegner für dich war aber auch nur ein Glückstreffer glaube ich ich hab zwar kein Konto aber müsste das nicht so auch funktionieren aber kommst du denn am Ende noch immer auf deine gute Leistung komm sag mir jetzt bitte dass der große schwarze Klotz mein Gegner ist 2 Stunden 23 und 9 so wir machen dasselbe wie vorhin schönes Spiel hab ja vorhin schon ne Menge gesagt ja es ist nur ihr seid mir ganz schön noch auf meine Nerven gegangen danke hat viel Spaß gemacht für 2,5 Stunden jetzt echt cool halt Try and Error Spiel irgendwann hat man es immer raus kann jeder spielen würde ich sagen ähm jetzt aktuell im Sale glaube ich für 3,94 im Angebot wer möchte kann es nicht kaufen wenn nicht auch nicht hat ja nichts mit Hits tun ähm ich bin froh dass wir es jetzt geschafft haben guck mal jetzt sind hier auch schön viele Leute da und die diese die 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 So, da steht's. Errungenschaft freigeschaltet. Truth. Neue Spielmodel verfügbar. Wahrheit. Übersetzter Text. Oh, cool! Das heißt, wir spielen das auf jeden Fall irgendwann nochmal so nebenbei. So, einfach in der Session durch. Ah, guck mal, jetzt haben wir... Wir haben einen von diesen vier Dingern besiegt. Na gut, aber ich finde, dass es ein... Die Credits laufen das so für das kleine Spielen. Ein guter Schluss. Und 19 haben wir besiegt. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt. Kann ja vielleicht mal wer nachgucken. Ähm, 186 Tote. Gefühlt 100 in der letzten halben Stunde. Ah ja. Nun mal Continue. Gut. Wir kommen wieder in den Startbildschirm. Und ja. Würde ich sagen, mit Hidens Souls war's das. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und... Wir sehen uns bei was anderem. Tschüss.